Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wieder LS-Ellerbach. Ähm, ich sag euch, es kommt ein neues Projekt im LS-19. Und, ja, das eine alte Projekt kommt auch noch. Aber, jetzt spielen wir erstmal LS-19-Ellerbach. Ja. Ähm, es ist viel passiert. Ich hab was dazu gekauft. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich so viel Geld hab. Es gab eine Auktion. Und da fahren wir jetzt auch hin. Und zwar... Dieser Hof wurde versteigert. Ja. Ich park mal hinten. Ich muss nicht so weit laufen. Ähm... Ja. Ja. Und zwar... Dieser ganze Hof wurde versteigert. Den hab ich gekauft. Um 100.000. Und... Aber... Ja. 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 Ich hab das gehofft, weil ich auch ein Silo wollte. Und... Und ich hab doch gleich eine BGA dann. Und hier kann ich halt Geräte lagern. Oder falls ihr seid... Oder falls ihr seid... So... Wärts und sowas seid. Ja. Das ist soweit das, was ich gekauft hab. Da ist auch noch ein... ...Tuchstall. Ups. Aber... Den muss ich euch ja nicht zeigen. Ja. Um... Der Plan ist sowas jetzt. Ich hole mal mit Anhänger. ich habe ja letzte folge kraft gemäht das habe ich zwischen den folgen zusammen geschwadert und jetzt will ich einen anhänger so auf einen hof bringen ach so ja ich habe überall auf dem hof solche windturbinen weil die bringen bisschen geld habe ich aufstehen lassen haben auch nicht viel gekostet ich glaube 1000 pro ding und ich habe davon 10 15 stück und ja so weit das es ist schon dunkel aber also es ist noch dunkel aber ich muss an die arbeit sonst komme ich nicht hinterher ich glaube gerade im ksb man jetzt muss ich heiß von vorne machen zumindest muss das waren und der deswegen muss ich das von vorne machen aber das machte das mache ich jetzt schnell und dann passt das auch also ich wollte euch erklären wie das war ich du jetzt einmal anhänger also so 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 Und jetzt kommt es weiter. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, ich glaube ich weiß was los ist Ich darf nicht auf den Ecken von anderen fahren So So auf jeden fall Ja Ich fahr jetzt mal da Mach den Anhänger voll Und dann passt das Hoffentlich So So Nach dem Rest würde ich Ballen machen Ich weiß, bietet sich an Und Okay So 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 ich nicht mehr das ist aber das würde ich offen lassen wenn ich da einfach durchfangen kann so So, 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 So,